Zu unserem Patientengut gehören nicht nur Erwachsene. Auch für Kinder sind wir da. Auch Kinder und Jugendliche sind durch Launen der Natur betroffen, wo es in unserem Ermessen ist, welche Korrekturmöglichkeiten wir anbieten können. Prinzipiell wird bei Problemen, sei es nun ein Finger oder eine Zehe zu viel, zusammengewachsene Finger oder Zehen, ein Blutschwämmchen, angeborene, größere Muttermale oder abstehende Ohren, dieses Patientengut bei Zeiten in der plastisch-chirurgischen Ambulanz vorzustellen. Man hat hier die Möglichkeit, über plastisch-chirurgische Korrekturmöglichkeiten zu sprechen, das operative Vorgehen, allgemeine und spezielle Operationsrisiken zu erörtern, gegebenenfalls auch einmal eine Fotodokumentation durchzuführen und den Eltern der kleinen Patientinnen und Patienten beziehungsweise auch den mündigen Minderjährigen Informationen über den optimalen Zeitpunkt eines plastisch-chirurgischen Eingriffes weitergeben zu können. Das definitive Planen dieser Operationen wird von den jeweiligen Gegebenheiten beziehungsweise diesen körperlichen Problemen abhängig gemacht. So�h, wir sehen uns eben vor ein bisschen wie completely schwer.